Objekte mit Leuchteffekt LibreOffice 7.0 Umrandung einzelner Buchstaben Öffnen Sie DRAW und ziehen Sie ein Textfeld, um einen Buchstaben zu schreiben. Den Text formatieren Sie, z.B. Schrift in Rot, Größe gleich 96 Punkt. Rechts klicken Sie auf das Textfeld. Im Kontextmenü wählen Sie Umwandeln in Metafile. Fügen Sie ein Rechteck mit schwarzer Farbe ein und positionieren es hinter den Buchstaben. Nun markieren Sie den Buchstaben und geben in der Seitenleiste Eigenschaften bei Leuchten einen Radius von z.B. 6 Punkt und die Farbe Weiß ein. Umrandung eines ganzen Wortes Öffnen Sie DRAW und ziehen Sie ein Textfeld auf, um ein Wort zu schreiben. Den Text formatieren Sie, indem Sie die Schriftfarbe und Größe wählen. Rechts klicken Sie auf das Textfeld. Im Kontextmenü wählen Sie Umwandeln in Metafile. Fügen Sie ein Rechteck mit schwarzer Farbe ein und positionieren es hinter das Wort. Nun markieren Sie das Wort und geben in der Seitenleiste Eigenschaften bei Leuchten ein Radius von z.B. 6 Punkt und die Farbe Weiß an. Umrandung eines Objektes Öffnen Sie DRAW und ziehen Sie ein Objekt auf, z.B. einen Kreis. Das Objekt markieren Sie und in der Seitenleiste Eigenschaften bei Leuchten geben Sie ein Radius von z.B. 15 Punkt und die Farbe Weiß an. 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 Eigenschaften Sie.